Hallo ihr, ich stelle euch heute die Spiele-App Candy Crush Saga vor, mit welcher ihr durch Hin- und Herschieben von bunten Süßigkeiten viele Level durchqueren müsst. Nach dem Öffnen der App könnt ihr auf dem Startbildschirm sehen, in welchem Level ihr euch gerade befindet und wie viele ihr noch vor euch habt. Das Level, welches ihr als nächstes bestreiten müsst, blinkt auf. Klickt ihr darauf, kann es losgehen. Mit eurem Finger müsst ihr nun die verschiedenfarbigen Bonbons so hin- und herschieben, dass mindestens 3 Bonbons der gleichen Farbe in einer Reihe liegen. Je höher das Level, desto höher ist die zu erreichende Punktzahl und desto mehr Zusatzfunktionen sind freigeschalten. Im Spiel nennt man diese Booster. Aber aufgepasst, nicht alle Booster sind kostenlos, passt also ganz genau auf, dass ihr keine überteuerten In-App-Käufe aktiviert. Um ein Level abzuschließen, müsst ihr eine vorgeschriebene Punktzahl erreichen. So springt ihr dann von Level zu Level. Wenn ihr wissen wollt, wie gut eure Freunde in diesem Spiel sind, könnt ihr euch hier mit Facebook verbinden und eure Ergebnisse teilen. Mehr Infos zur App Candy Crest Saga findet ihr auch im Apps und Ups Bereich auf www.handysektor.de. Euch jetzt noch einen schönen Tag und bis bald!